Ich brauche unbedingt Talent, sonst kann ich Klavierspielen lernen. Das ist eine der häufigsten Ausreden, oder die Ausrede, ich bin nicht talentiert, die ich höre, die Leute verwenden, um zu begründen, warum sie entweder kein Klavier lernen können, warum sie noch nicht so weit sind, wie sie gern wären, oder warum auch immer, warum es keinen Sinn macht, Klavier zu üben. Und zum Einstieg möchte ich dir dazu eine Geschichte erzählen. Und zwar kommt ein junger Schüler von der Schule nach Hause, hat einen Brief dabei, der für seine Eltern bestimmt sind. Seine Mutter macht ihn auf und hat Tränen in den Augen. Der Sohn ist ganz verwirrt und fragt, was ist los? Und die Mutter liest vor, ihr Sohn ist zu intelligent, um bei uns unterrichtet zu werden. Bitte unterrichten Sie ihn selbst, wir können nicht mehr länger an unserer Schule haben. Und dann passiert so, der Schüler kommt von der Schule und, ja, wenig später oder viele Jahre später wird der Mann als der größte Erfinder aller Zeiten berühmt. Und die Rede ist von Thomas Albert Edison, der, ich glaube, über 1000 Patente angemeldet hat. Vor allem bekannt ist die Erfindung der Glühbirne. Ja, und die Geschichte wäre nur halb so spannend, wenn nicht Thomas Edison Jahre später, als seine Mutter schon längst tot war, auf den Dachboden geschaut hätte und da fand er den Brief aus der Schule. Der Inhalt war aber ein anderer, als er die ganze Zeit gedacht hatte. Und zwar stand da drin, Ihr Schüler ist geistig behindert. Bitte nehmen Sie ihn, Ihr Sohn, Entschuldigung, bitte nehmen Sie ihn von der Schule. Die Mutter hat also den Brief gelesen und wollte ihren Sohn nicht in diese Schublade stecken. Sie wollte ihm zeigen, dass er zu talentiert sei, dass er talentiert ist. Und, ja, er war dann auch talentiert. Aber er hat diesen Stempel nicht aufgedrückt bekommen. Und Thomas Edison hat dann in sein Tagebuch geschrieben, Dank meiner Mutter bin ich ein Erfinder geworden und bin nicht als geistig behindert dann in eine Sonderschule gesteckt worden. Worauf möchte ich mit dieser Geschichte hinaus? Wir neigen dazu, uns Stempel aufdrücken zu lassen. Vor allem beim Thema Talent. Was ist denn überhaupt Talent? Talent wird unterschiedlich definiert. Meistens ist damit eine Begabung oder eine Fähigkeit gemeint, die in der Regel angeboren ist. Und du wirst bestimmt feststellen, dass dir manche Dinge leichter fallen, manche fallen dir extrem schwer. Häufig liegt das an Übung, häufig liegt es auch an Talent. Ich zum Beispiel, ich bin einfach kein guter Handwerker, kein Bastler, egal wie oft ich einen Ikea-Schrank aufbaue, ich stelle mich immer an wie der Letzte. Mein Bruder dagegen, der hat von Kindesbein an schon super Sachen alleine aufgebaut, selbst Möbel konstruiert. Für mich war das immer, ich mochte es nicht und ich konnte es auch nicht. Ich bin da immer noch nicht talentiert. Und ja, das ist auch gut so, denn jeder Mensch ist anders. Ja, und in der Schule geht es dann meistens schon los. Der Lehrer sagt, du kannst kein Mathematik. Und dann denkst du, okay, ich bin schlechte Mathe. Und auch wenn du vielleicht gute Mathe wärst, allein dieser Satz sorgt dafür, dass du schlechte Leistungen vermutlich bringen wirst, die Mathematik, weil du denkst, ja, ich kann es ja nicht, darum werde ich auch schlecht sein. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genauso ist es, wenn du von dir denkst oder gehört hast, du bist unmusikalisch oder du kannst nicht singen. Das ist ein ganz klassisches Beispiel und auch sehr sensibel bei uns, bei ganz vielen. Da gibt es eine lustige Beobachtung. Geh mal in einen Kindergarten, in eine Gruppe und frag die Kinder, ja, wer von euch kann denn singen? Und von 20 Kindern werden 20 wahrscheinlich die Hände heben. Dann schau mal 15 Jahre später, wenn du dieselben 20 Leute fragst, wer kann von euch singen, gehen vielleicht maximal drei Hände hoch. Sind die alle viel schlechter geworden? Können die seit dem Kindergarten nicht mehr singen? Nein, nein, das ist ihr Denken über sich selbst, dass sie denken, ja, irgendwann hat ihnen mal jemand gesagt, du kannst nicht singen und dann ist es halt so und wird so akzeptiert. Das Gleiche ist mit dem Talent zum Klavierspielen. Auch ich, ich war einigermaßen talentiert, habe ich mir für mich gedacht, ja, mittel. In meiner Klasse gab es aber auch ein Mädchen, das konnte wunderbar Klavierspielen, das war so viel weit, dass ich konnte schwierige Stücke mühelos spielen und ja, es ist ihr alles leicht von Hand gehen. Ich dachte immer, wow, die hat Talent, wenn ich irgendwie nicht. Ja, die Frage ist, war sie wirklich talentiert oder hat sie vielleicht mehr geübt als ich? Was ziemlich sicher der Fall war, denn ich war zu der Zeit ziemlich faul, was das Üben angeht. Spielt sie vielleicht schon zwei Jahre länger als ich? Das alles fließt mit rein und wirkt dann nach außen wie Talent, ist dabei in Wahrheit was ganz anderes, vielleicht Arbeit, vielleicht mehr Fleiß, mehr Ehrgeiz und ja, auch ich hätte da die Talentaussage hernehmen können, ja, ich höre auf, schau dir mal das Mädchen an, ich bin, ja, bei mir wird es doch eh nichts. Und dieselbe Frage, ja, vor derselben Situation stehen ganz viele, gerade wenn die die ersten paar Jahre Klavier hinter sich haben, vielleicht auch das erste Mal drüber nachdenken, ja, wie stelle ich mich an, bringst es, lohnt es sich das noch weiterzumachen? Aber die Frage ist, brauchst du wirklich Talent zum Klavierlernen? Und da zoomen wir ein bisschen raus, was heißt, also kommt darauf an, was du für Ziele hast. Willst du Konzertpianist werden und Tausende unterhalten? Willst du mit größten Orchestern spielen? Dann brauchst du vermutlich etwas Talent. Wenn du völlig unbegatt bist, da kannst du zehntausende Stunden üben, dann wirst du das nicht erreichen. Willst du aber einfach nur schöne Musik am Klavier machen, deine Lieblingsstücke wiedergeben, einfach nur dich an Musik erfreuen, dich entspannen, nach und nach immer schwerere Stücke lernen, dafür brauchst du absolut kein Talent. Und ich bin mir sicher, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich kein Konzertpianist, hast vielleicht auch nicht die Ambitionen, sondern willst einfach nur schöne Musik machen. Und die gute Nachricht von mir ist, du brauchst dazu nicht talentiert sein. Es gibt ein nettes Zitat, das harte Arbeit, Talent 10 von 10 Mal schlägt. Es ist viel wichtiger, dass du regelmäßig dran bleibst und übst und schritt für schrittlich verbesserst, als dass du das beste Talent hast, aber nur 10 Minuten am Tag übst. Das gibt es auch bei Fußballern. Ich vergleiche da immer ganz gern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Beide sind die größten Fußballer unserer Zeit, wahrscheinlich auch die größten aller Zeiten. Lionel Messi ist der Naturtalent, was der macht, ist mühelos, der bewegt sich mit dem Ball, das sieht wirklich fantastisch aus. Und Cristiano Ronaldo, der hat sich alles ganz, ganz hart erarbeitet. Der ist als Kind und Jugendlicher, ist er nachts ins Fitnessstudio eingebrochen, weil er körperlich schwach war, weil er zu den Schwächsten gehört hat, um sich weiterzuentwickeln. Immer noch in seinen Clubs, wenn alle schon längst beim Duschen sind, dann schießt er allein Freistöße, ist das Erste da, geht das Letzter. Und das ist wirklich diese harte Arbeit. Wahrscheinlich war er auch zum Stück weit talentiert, aber er ist einfach dran geblieben und hat immer weiter gemacht. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, dass du dir überlegst, ja, was ist mein Ziel am Klavier und mal das Talent völlig ausklammerst und wie komme ich da hin? Und, ja, wie arbeite ich an diesem Ziel? Und möglicherweise fällt es jemand, der ein bisschen mehr Talent hat, ein bisschen leichter und der kommt mit 10%, 20% weniger Üben hin. Wahrscheinlich ist der Unterschied aber nicht so groß, wie du denkst. Und wichtig ist, dass du Schritt für Schritt einen Plan verfolgst und nicht im Zickzack irgendwas machst und, ja, okay, harte Arbeit ist jetzt wichtig, aber was soll ich arbeiten? Da, finde ich, helfen zwei Dinge. Das eine kann ein Unterricht bei einem guten Lehrer sein, der dir wirklich mundgerecht Übungen, Stücke gibt und dich immer weiter fördert. Du übst und dann hast du wieder eine Unterrichtsstunde und es geht immer weiter bergauf. Oder du suchst dir einen wirklich guten Online-Kurs. Auch die sind so aufgebaut, dass du Schritt für Schritt vorwärts kommst, dass du Schritt für Schritt neue Fähigkeiten lernst. Und wenn du einfach nur eine Lektion nach der anderen machst, dann wirst du dich enorm weiterentwickeln. Zum Thema Online-Kurse. Die sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen und ich kriege ganz viele Mails von Leuten, die sagen, ja, ich bin verwirrt. Welcher Kurs ist denn gut? Soll ich eine App nehmen? Was empfiehlst du? Und weil es so viele Angebote gibt und weil es auch extrem individuell ist, je nachdem, was du lernen willst, ob du klassische Stücke, freie Klavier spielen, Jazz, je nachdem, was du lernen willst, gibt es unterschiedliche Angebote und da habe ich für dich ein Angebot. Du kriegst für mich ein ausführliches PDF, wo ich alle Klavierkurse, oder nicht alle, aber ich habe viele, viele Klavierkurse getestet ausführlich und habe dir zusammengeschrieben, was ist dann gut, was ist dann schlecht, wie viel kostet es und wo kriegst du das und für wen eignet es sich. Wenn du hier in den Show Notes oder unter dem Video schaust, du klickst, da verlinke ich dir dieses PDF, das du dir kostenlos runterladen kannst. Dann, ja, zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, spiel Klavier unabhängig von deinem Talent, sondern weil es dir Freude macht und denk dran, dass wirklich harte Arbeit Talent schlägt. und dann, ja,